Hi, ich bin Elida und studiere International Business Studies an der Hochschule Harz. Was möchtest du über den IBS-Studiengang wissen? Hi, ich bin Luan und habe von International Business Studies gehört. Freunde sagen, das ist besonders. Kannst du mir sagen, warum IBS besonders ist? Klar, gerne. Also auf jeden Fall, dass du am Ende deines Studiums zwei Bachelor-Diplome bekommst. Eines der Hochschule Harz und eines von der ausländischen Partnerhochschule, an der du ein Jahr studiert haben wirst. Das heißt, ein Studium für zwei Abschlüsse. Cool. Und wo kann ich alles im Ausland studieren? Also welche Partnerhochschulen habt ihr? Da haben wir mehrere zur Auswahl. Du kannst zum Beispiel in Finnland studieren oder du gehst nach Dijon oder Lyon in Frankreich. Da sieht es auch schön aus. Das stimmt. Oder du gehst ganz weit weg an die Oregon University in Ashland in den USA. Natürlich haben wir auch noch mehr als die eben genannten Partnerhochschulen und einige sind auch in Arbeit, wie zum Beispiel Mexiko. Und die Lehrveranstaltungen sind alle auf Englisch an den Partnerhochschulen? Also auch in Frankreich zum Beispiel? Ja, genau. Und damit du super vorbereitet bist, hast du schon an der Hochschule Harz viele Lehrveranstaltungen in englischer Sprache und natürlich extra Sprachunterricht. Da wirst du bei deinem Auslandstudium keine Sprachprobleme haben. Und das Coole ist, dass du schon hier viele Lehrveranstaltungen mit Studierenden aus dem Ausland hast. Du kannst also hier schon private Kontakte knüpfen und lernst schon hier andere Kulturen kennen. Die Grundlagen der Betriebswirtschaft bleiben aber immer noch der Fokus des Studiums. Du hast zum Beispiel Lehrveranstaltungen wie Unternehmensführung, Wirtschaftsmatte, Personalmanagement, Marketing, Rechnungswesen und vieles mehr. Insgesamt helfen dir diese Fächer deinen betriebswirtschaftlichen Horizont zu erweitern und du bist danach perfekt auf dem internationalen Arbeitsmarkt aufgestellt. Ach und außerdem kannst du auch dein Praktikum im Ausland machen. Ah nice. Aber ich möchte auch Spaß haben im Studium und nicht nur lernen. Na Spaß haben wir hier auch. Hier und an den Partnerhochschulen finden so viele gemeinsame Aktivitäten statt. Sport, Ausflüge, Studiengangstreffen. Also da kommt der Spaß bestimmt nicht zu kurz. Und im Ausland reisen viele IBSler dann noch herum und lernen so noch mehr von dem Land und der Kultur ihres Studienlands kennen. Also zusammengefasst. Zwei Abschlüsse in einem Studium. Ein Auslandsstudium, ein Auslandspraktikum, weltweit arbeiten und somit Kulturen kennenlernen. Das hört sich nach einem tollen Studium an und wie für mich gemacht. Danke Elida. Und das hört sich nach einem tollen Studium an. Okay. Hier.